Ich weiß, du hast Angst. Du hast furchtbare Angst vor dem, was du gesehen hast. Ich werde dich nicht anlügen. Deine Freunde sind auf diesen Kampf nicht vorbereitet. Hawkins wird voll. Meine Freunde brauchen mich. Du bist nicht bereit. Dass er nicht aufhören wird. Nicht bis er jeden geholt hat. Ziehen wir es doch nicht. Da ist dieses furchtbare Gefühl. Dass wir es einfach nicht hinkriegen, dieses Mal. Das ist jetzt vorbei. Jetzt will ich nur noch, dass du zusehst. Deine Freunde haben verloren. Deine Freunde. Ja, du hast doch nicht verloren. Wie gehst du es doch nicht. Ja, du hast doch nicht verloren. Ich denke, du bist nicht verloren. Und wenn du bist, dannst du einfach nicht verloren. Das ist einfach nicht verloren. Deine Freunde. Das ist einfach nicht verloren. Vielen Dank.